So, guten Morgen zusammen. Ich hab mal selbst gerade eine Frage, ihr seht es gerade schon. Was ist mit der Wartezeit los in Arena? Keine Ahnung, was da los ist. Also wenn irgendwie irgendeiner was weiß, was die Wartezeit betrifft, was Arena-Modus betrifft, es müssen ja wohl um, was haben wir jetzt, halb neun sonntags, müssen doch genug Leute da sein, um Arena vollzukriegen, oder? Ja, kommt ihr in Arena rein, oder wie sieht es bei euch aus? Also ich wollte jetzt eigentlich wirklich nur nebenbei ein bisschen Arena spielen, aber irgendwie komme ich halt einfach nicht rein. Normale Runden laufen ganz normal, werden auch ganz normal gesucht, aber ich weiß auch nicht. Gefühlt wachte ich hier, eben hatte ich schon bei 5 Minuten, jetzt habe ich gedacht, weißt du was, ich starte einfach nochmal neu. Vielleicht liegt es irgendwie an mir, dass ich irgendwie nicht connecten kann richtig, aber keine Ahnung, was ist da mit der Wartezeit los. Wie gesagt, wenn ihr irgendwas wisst, schreibt es dann bitte in die Kommentare, würde mich einfach mal selber interessieren. Und auf Twitter oder so habe ich mich auch nichts gefunden. Also in dem Sinne, haut rein!